Musik Futtermittel, so weit das Auge reicht. So klein das Grundstück der Hamburger Leistungsfutter GmbH mit seinen 3,5 Hektar auch ist, so groß ist die Vielfalt des Beteiligungsunternehmens der Graves Raiffeisen AG. Wir produzieren hier 250.000 Tonnen Futtermittel, davon 100.000 Tonnen Spezialfutter und 150.000 Tonnen Mengenmischfutter. Außerdem produzieren wir hier auch Heimtierfutter. Unsere Marken sind Ibeka, Panto und Visan Produkte. Der Bereich Spezialfutter ist dabei in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut worden. Spezialfutter ist für uns, was die Wertschöpfung angeht, der wichtigste Bestandteil unseres Geschäftes. Und wir versuchen auch gerade diese Sparte weiter auszubauen. Um die Produkte immer weiter zu entwickeln und den Bedürfnissen der Kunden anzupassen, hat die Hamburger Leistungsfutter GmbH eine wissenschaftliche Abteilung eingerichtet. Die wissenschaftliche Abteilung beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Produkte, außerdem mit der Optimierung unserer Rezepturen, aber auch mit der Beratung unseres Außendienstes und auch unserer Kundschaft. Insgesamt 130 Mitarbeiter sind am Standort Hamburg tätig. 27 Außendienstmitarbeiter arbeiten in den verschiedenen Landesteilen Deutschlands. Doch auch der Export spielt für die Hamburger Leistungsfutter eine bedeutende Rolle. Hamburg bietet für uns als Tor zur Welt einen erheblichen logistischen Vorteil. Wir liefern unsere Produkte in 40 verschiedene Länder weltweit, hauptsächlich nach Osteuropa, Südosteuropa, aber auch Mittleren Osten, die Golfregion bis hin nach Fernost. Neben der Futterproduktion setzt das Unternehmen auf die Veredelung von Rohstoffen. Dieses firmeneigene Verfahren, das ist unser Visanverfahren, verbessert die Verdauungseigenschaften unserer Futtermittel, aber auch die etätische Wirkung bei Jungtieren. Neben allen Produkten steht der Servicegedanke im Mittelpunkt. Insbesondere bei den Spezialfuttermitteln ist eine kompetente Produkteinführung unerlässlich. Eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns wichtig und wir versuchen über eine qualifizierte Beratung die Leistungen der Tiere zu optimieren und auch den ökonomischen Vorteil unserer Kunden zu sichern.